In diesem Barcamp Bildung Digital wollen wir gerne mit euch gemeinsam die Sessionplanung über den Dienst Flinger ausprobieren. Das Prozedere ist wie in den letzten Barcamps auch, ihr stellt eure Idee vor. Es gibt in Zoom eine kleine Abstimmung, wie genau das passiert, das erklären wir vor Ort. Ihr bekommt dann einen Link über den Chat, klickt dort drauf und kommt dann in dieses Whiteboard. Es gibt hier die Übersicht, oben die einzelnen Räume und auch schon die Zeitslots und ihr könnt jetzt euren Vorschlag auch schon mal in eure präferierten Zeitslots zuordnen. Das was ihr machen müsst, ihr seht hier oben das Feld mit Message, dort klickt ihr rein, schreibt euren Sessionvorschlag und klickt auf Send oder drückt die Enter-Taste und schon kommt hier eine neue Karteikarte. Dort könnt ihr mit der Maus draufklicken und die in einen Slot eurer Wahl verschieben. Generell in dem Board, wenn ihr die Maustaste gedrückt haltet und diese dann nach rechts oder nach links bewegt, könnt ihr euch in dem Board auch bewegen. Wenn ihr am Mausrad dreht, könnt ihr auch rein oder raus zoomen. Solltet ihr über ein mobiles Gerät teilnehmen, ist natürlich das Eintragen Flinger auch möglich. Jetzt fehlt hier erstmal oben dieses Feld mit Message, das macht aber nichts. Ihr klickt bitte auf den Button Send und schon seht ihr entsprechend das Message-Feld. Jetzt kann ich hier auch mal eingeben, Sessionvorschlag, ich klicke auf die Enter-Taste und schon erscheint hier eine neue Karteikarte. Über die Pinch und Zoom-Gesten kann ich mich jetzt hier drin auch einfach bewegen, kann mir meinen Vorschlag raussuchen, den, den ich jetzt geschrieben habe. Ich klicke einmal drauf, dass dieser markiert wird und kann diesen Vorschlag dann entsprechend im Whiteboard verschieben und in einen Zeitslot zuordnen. Wie gesagt, wir wollen mit diesem Mal oder in diesem Mal einfach mal mit euch ein neues Tool wieder mal ausprobieren. Diesmal ist die Wahl auf Flinger gefallen. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen, auf eure Rückmeldungen und wir sehen uns dann beim nächsten Barcamp. Macht's gut. Tschüss.